Kohle, auf die Kohle! Malz Montigo, er ist ne richtige Legende. Watsch ein bisschen, feine nette Party, genehmigen uns ein paar Drinks. Wie sieht's aus? Ist mein Paket am Start? Lass dein Leben nicht nur vom Geld bestimmen, Malz. Was wir im ganzen Jahr verdienen, trägt er am Handgelenk. Wir haben Grund zur Annahme, dass er der größte Drogenhändler im Norden Kaliforniens ist. Er ist clever, er ist reich und er sieht gut aus. Du musst mit mir in die Kirche kommen und dort eine gute Frau finden. Das ist Vanessa. Sie ist jede Woche mit meiner Frau im Bibelkreis. Zu welcher Kirche gehörst du? Oh, zur Zeit hänge ich irgendwie zwischen den Kirchen. Wir haben für einen gottesfürchtigen Mann gebetet für Vanessa. Sind sie dieser Mann? Was ist so schlimm daran, in die Kirche zu gehen? Weil Gott einwiebel ich in der Kirche nicht will, okay? Und was haben sie für einen Beruf? Ich war mal Drogendealer, Vanessa. Aber deren Probleme werden unter Umständen schnell ihre Probleme werden. Ich halte sie für die Sünde. Du willst mich in die Hölle schicken? Buch den Flug! Gott, ist es nicht wichtig, was du früher gemacht hast? Oder wo du gerade drinsteckst? Du kannst kommen, wie du bist. Bist du dir da sicher? Von Supp contrast mit der Blunderte treffen. Bist du dir da sicher? Untertitelung des ZDF, 2020